Jojo Lerfret, hat n' Burscht. Burscht, burscht, burscht. Äh, können wir da n' Ding aussagen? Nein, locker net. Also, mit dem Locker. Jo, die geht schneller locker. Nach Mitternacht kriechen die ganzen Oberfreaks raus, da verliert man sowieso dann ständig. Genau. Da kommt's aus den Lächern. Die, wo quasi man mit Aufstehbrachen. Genau. Die, wo nie Aufstehen brauchen. Die, wo nie Aufstehen brauchen. Das ist so gesagt. Die fünf Stunden schlafen und dann gleich in der Früh zum Frühstück schüsseln Cornflakes, während sie zocken. Genau. Links die Schüssel Cornflakes, rechts ein Controller in der Hand. Genau. Super. Super, ich fahr mal hoch. Hoch, hoch. Nein, nein, die sind im Motorradraum. Definitiv. Motorradraum? Ja, da bin ich gerade reingefahren und dann stand schon die Drohne da. Äh, der Drohnenstörer da. Die Drohne stand da. Die Drohne stand da. Die Drohne stand da. Da stand die Drohne vor mir. Ja, ja. Ich bin so daneben. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wird vokalisiert. Ja, warum so? Steht mitten drin. 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 Ich will da stehen. Wasser questionable denken zur Weihnachtsfeier? Ich will ein Video sehen. Schatze, schenk mir ein Video. Di docku. Übrigens. Antpfiff. Antpfiff. Darum haben wir davor verloren. Ja man, wegen dir öl. Wie ein Tee mein. Der Antpfiff hat gefehlt. Mei mit jemmel. Leute Leute von heute heute. Nur wegen dir. Only you. D-d-d. Okay, also. Plan. Oh, da haben sie mit Strom verstärkt. Wo? An welcher Stelle? So, hier? Wo denn? What? Ich bin schon angeschossen. Ja, von wo denn? Von dem Deppen da oben, oder? Na, wo denn? Schon wieder? Ist da oben einer, oder was? Ist da oben einer, oder was? Hä? Wann der mir jetzt angeschossen? Ich habe hier ein Loch reingeschossen. Ja, aber der steht da unten. Keine Ahnung. Aber wir müssen wissen, dass der unten steht. Ah ja, drüben kannst du ja nicht hochgehen laufen. Und von unten kannst du ja nicht so hoch schauen. Und das ist ja verstärkt auch noch. Ja. Ich glaube, der Ball hat da unten gestastelt. Na, na. Ich mache mal hier auf. Ich mache jetzt einfach mal einen auf alle töten. Darf ich mitmachen? Sehr gerne. Okay, jetzt nehmen wir noch mal vor. Ich muss nachladen! Na super, es sind jetzt alle blockiert. Uh-huh. Ich habe hier überall was klickt. Ich habe hier alles blockiert. Ja, tatsächlich. Und da ist noch die Kamera. Schaut keiner rein. Sobald die Bedrohung neutralisiert wird. Oh. Jetzt wäre der Strom weg hier. Ah! So böse. Da sind drei drin. Alan, der Strom ist auch weg. Komm. Ist es weg? Ja. Ja, aber ich habe schon platziert. Okay. Mach es mal. Okay. Na, er ist immer nur blockiert, steht dran. Ja, bei mir oben meine ich. Ja, wir haben schon alle Munition abgeben. Ich habe schon alles verbraucht. Nix mehr da. Das ist gut. Ja, jetzt können wir uns da. Das Loch dann eins. Die wurde es entdeckt. Schau auf. Schau hier. Rechts ist einer. Die wurde entdeckt. Wieso? Ich habe auch die Kamera schildert. Die war. Black-Eye-Kamera hier. Ach, ich bin neben dir. Rund oben ist einer. Über mir. Boah, wir blocken wieder auch so. Ich bin hinter euch. Ich bin hinter euch. Ist der oben? Oben. Ja. Ein Gegner verbleibt. Ich habe ihn nach. Aber ich bin am Sterben hier. Komm, ja, komm zurück. Rund zurück, ich hole dich. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Können wir aufsperren. Wo war der? Doch, der ist über uns, oder? Gegenruf. Eigenartropf erfolgreich. Hey, der Zerkel. Gewonnen, gewonnen. Hättest du das nicht nur machen können, bevor wir mich... Ja, du bist vorgelaufen, obwohl du entdeckt worden bist von der Kamera. Da wartet er natürlich. Na, gewusst, da bist du. Da bist du. Das hast du gewartet. Da bist du. Das er abgelenkt ist. Und dann bist du von deinem Loch vorkommen. Ach, ich habe erst mal die Kamera weggemacht. Ach, das schaut 2-0-0 richtig gut aus. Das war gut, Alter. Danke, Herr. Vielen Dank. Ich gehe hoch. Jawoll. Hast du deine Panzerfloppen mitgenommen? Jawoll. Machst du oben... Küche, ja. Alles klar. Kitchen. Oh, shit. Rund so, ich glaube nicht. ja das ist nicht so wie bei BF machen wir dazu Ronson hat das Spiel verlassen Ronson hat das Spiel verlassen da hat er jetzt nichts mehr gesagt hallo? zack weg ist er wie schon vermutet hat ein bisschen später als gedacht dann wird er nicht mehr kommen mhm ach shit ok durch den Kanal kommen sie durch den Schacht Ronson ist zurückgekehrt ja Ronson ist wieder da ja jetzt haben sie doch in der Küche aufgemacht oder was? ich brauche eine Party-Einladung eine Party-Einladung jawoll gute alte Ronson was ist jetzt los hier? da ist noch einer drin im Schachtel ist er reingeköpft? ist er reingeköpft Tobi? nein im Tunnel ist noch einer im Tunnel hinter dem versteckt wo ich niederballert hab wo seid's denn hier? unten in der Küche hab ich zwei weggemacht und wo ist denn die Gegner? einer ist im Tunnel einer ist im Tunnel ja da jetzt hat er eine Drohne in einer gehofft oder? ja in die Sparta wenn du in der Zone bleibst wirst du von Feinden entdeckt du wurdest entdeckt wo geht's denn da rein? na ja was tut er auf den? ja älter geil von zwei Seiten der war so abgelegt genau hat sich gerade schief versteckt ich hätte meinen C4 nur werfen können aber Ronzo ist jetzt da und doch nicht da und doch nicht da jetzt lade ich nochmal ein da steht zwar bitte warten ich kann nicht in die Party einladen irgendwie da steht warte bitte bitte warte bitte legen jetzt ungefähr nicht mehr in Panne ja was steht er noch da? er ist nur drin komischerweise komischerweise ist er noch drin und auch nicht drin ja ja vielleicht dann dort das Bio-Befahrgut er hat ja noch einen ausgewählt ne ich hab noch einen ausgewählt stimmt tatsächlich ja aber ich kann nicht in die Party einladen komisch ich glaub über mir Schlafzimmer er hat's gerade gebszt jetzt hat mir die Twitch-Drohne weggezwitscht doch nicht sind sie im Keller wieder oder was? kann das sein? hey tut mal jemand an Andi in die Party einladen vielleicht vielleicht könnte einer von euch ergänf es mal hoch gezwitscht jetzt ist er Zeit und ich steckt mir nur noch mal meine Drohne mhm ohohohohohohoу also bei dir ging es? ja da und so und ich habe mit einladen können ganz komisch ich habe ihn mal eingeladen dann auf jeden fall keller im kalter ja in der einladung gerade noch so auf wie viele sind da noch genau im schacht wo ich oben bin für die treppen Hast du den? Hast du den? Ja Hast du den? Tau geil Tau geil, weil der hat nämlich grad die C4 hochgeworfen Toll Tobi, wo war der? Ich hab ihn, ja, einen hab ich Wo beim Tobi war Ja, ich weiß nicht wie viel es waren Ja, der hat das C4 grad hochgeworfen zu euch Ja, ja Ist auch savert, ich mach halt auf Markel, los Nein, kommt von links, deiner Man, der Mute So, jetzt hat er noch durchgemacht Das hat's jetzt von dir drunter Scheiße Genau Ja, das ist voll richtig Markel, los Oh, diese Side-Tech Ja, im Ja, im Ja, im Ja, im